einen wunderschönen guten morgen nachdem ich gestern nach dem aussortieren bloß noch zwei nachrichten übrig behielt und eine davon im prinzip gar keine politische nachricht war sondern eher musikszene habe ich mich dazu entschlossen das heute mit einzubauen und gestern sozusagen zu pausieren was ja keine pause war weil ich nachrichten trotzdem sortiert habe aber ihr müsst euch wegen zwei nachrichten kein podcast ändern das ist blödsinn ja also starten wir heute gewohnt satirisch mit echter polizatire von der welt top ökonomen warnen vor den gefahren des klimaprimats juristen und top ökonomen sehen die soziale marktwirtschaft bedroht durch den green deal der eu sie fürchten staatliche regulierung und fehlsteuerung viel lieber wäre ihnen ein weg des marktes der zugleich einfacher transparenter und konsistenter sei ok also unsere wirtschaftsspezialisten kommen jetzt 2021 auf die idee dass der markt sich selbst regulieren könnte ich finde das ist ein meilenstein ja es ist angenehm und eigentlich nicht zu glauben ebenfalls in der welt und ebenfalls nicht zu glauben in bayern gibt es ab herz herbst das schulfach islamischer unterricht und ja bayern hat also wohl die letzten jahrzehnte schon daran gearbeitet so etwas zu tun und da gab es also am anfang ein separates arrangement es nannte sich islamische unterweisung damals in türkischer sprache dann irgendwann in deutscher sprache und seit einigen jahren gibt es jetzt dass die modellversuch islamischer unterricht und der wurde zuletzt ausgedehnt auf bis zu 350 schulen und jetzt wollen sie eben in exakt diesen 350 schulen das ist ja eine ganze menge also das alternativ fach zu religion und ethik islamischer unterricht einführen wahlpflicht sozusagen geht vorwärts mit deutschland genau dann kommen wir zu einem der themen die ich gestern sonst hätte erzählen können aber es wäre sonst wirklich eine sehr spezielle sendung geworden insofern wie gesagt jetzt drin warum taucht in allen medien die trennung einer menschenmaschine auf es geht um daft punk der ihres zeichens eine trans techno geschichte sind also musikalischer natur und die haben sich 1993 zusammen geschlossen um gemeinsam musik zu machen das sind zwei kumpels einer hat den silbernen helm auf einer hat einen goldenen helm auf und dazu kann ich euch quasi eine ganze menge erzählen aber eigentlich mag ich erstmal die frage irgendwie im raum manifestieren warum eigentlich unsere mainstream medien sich um sowas kümmern weil ich kann mir nicht vorstellen dass man wegen mark o einen tagesschau dann welt artikel machen würde oder wegen ich weiß nicht ja irgendwem den keine den kann den kann den keiner weiter kennt daft punk ist jetzt auch nicht jedem begriff natürlich haben die ihre szene damals sehr stark beherrscht aber da gibt es also andere die ihre szene auch beherrscht haben von denen habe ich noch nie was gehört in der zeitung nun sagt also die welt sie waren die garanten für ein utopisches verständnis von zukunft ah ok jetzt ergibt das langsam sinn sie erfanden den club sound von heute jetzt ziehen sich die musiker thomas beng alter und guy manuel de homem christo zurück also der thomas beng alter heißt bei mir so ich weiß nicht ob ich da wirklich so ausgesprochen weil das sind zwei franzosen aber meines erachtens sind beide namen künstlernamen und beide namen mit anderer bedeutung der eine heißt beng alter und der andere heißt christo das system techno das sie da etabliert haben erlaubte es seinen machern auf französisch den kreatör also den machern hinter ihren ideen zu verschwinden auch das fußt auf der alten französischen utopie der egalität ja das ist ja interessant die egalität wird hier erwähnt das ist in frankreich ja ganz interessant interessant die arbeiten ja mit der freiheit gleichheit brüderlichkeit das sind drei der fünf freimaurer maximen und die egalität ist also die gleichheit und das ist sozusagen die leitmaxime von diesem duo hier geworden die freimaurerei sagt bei wiki auch königliche kunst genannt versteht sich als ein ethischer bund freier menschen in klammern ursprünglich nur männer ethisch korrekt wie man es gewohnt ist die fünf grundideale der freimaurerei sind freiheit gleichheit brüderlichkeit toleranz und humanität da fühlt man sich doch direkt wohl in einem philanthropen äh bettchen genau wenn man sich jetzt also die beiden menschen anguckt dann machen wir es mal anhand der band erst mal die band wurde gegründet 1993 ähm daft punk wenn ich das also in die gematria eingebe was ich ja immer ganz gerne mal tue mit sachen die mir in den mainstream nachrichten merkwürdig vorkommen hat interessanterweise im englisch ordinal die 93 als wert ähm ebenso wie saturn und mitra ähm mitra ist so ein jesus also so ein vorzaratustrischer sehr stark an jesus erinnernder glaubenskult der iranischen altzeit und interessanterweise hat mitra auch wenn du in einer full redaktion arbeitest in der gematria also auch die 33 als wert aber das ist wahrscheinlich auch ein zufall so nun gucken wir uns also quasi mal das an was die gemacht haben am 22. februar warum das überhaupt in die medien kamen die haben nämlich ihr letztes album vorgestellt namens epilog und wenn man sich dieses video anguckt dazu was also fast acht minuten lang ist dann sieht man am anfang also zwei hände die eine pyramide formen innerhalb dieser hände taucht ein riesengroßes licht auf also tendenziell die sonne und ähm genau da rennt ein kumpel mit einem goldenen helm und ein kumpel mit einem silbernen helm rum also der mit dem goldenen helm ist mutmaßlich einer der die sonne darstellt und der mit dem silbernen helm ist mutmaßlich einer der den mond darstellt das ist eine sache die man da tatsächlich nachsagen kann weil sie in all ihren dingen bisher bezug auf sonne und mond genommen haben das kann man nachgucken dann stellt einer dem anderen auf der jacke ein timer ein und dann läuft der weg das bild blendet aus bei 56 sekunden restzeit oder 56 irgendwas einheiten restzeit dann piept der lustig hin und auf einmal explodiert der so die 56 ist der gematria die gematria zahl für die society of jesus ja also den jesuiten orden und ebenfalls im reverse ordinal für den papst das ist ja relativ gut passend weil das ja ein jesuitenpapst ist nun sprengt der goldene mensch also den silbernen menschen in die luft also die sonne sprengt den mond und dann geht in dem video der mit dem goldenen helm also dem sonnenuntergang entgegen oder sonnenaufgang wie auch immer jedenfalls goldener helm läuft über die wüste richtung sonne so wenn man jetzt also diese geschichte mit dem jesuiten orden und nochmal kurz weiter führt dann kommt man dabei raus dass in einer reverse full reduction auch daft punk den wert 42 hat der ebenfalls identisch mit saturn und jesuit ist also relativ viele bezüge zu immer den gleichen dingen ja was könnte man daraus also ableiten der mond platzt die nächste mondfinsternis ist interessanterweise am 26 mai und da ja das hier am 22 februar veröffentlicht wurde kann man sich mal angucken wie viele tage dazwischen liegen es sind also 93 komisch am 93 im jahr 93 gegründet diese komische gematria sagt 93 wenn ich den namen eingebe 93 tage nach der veröffentlichung bis zum nächsten mondfinsternis ok wo findet denn die stadt ach ja über ozeanien und über den kompletten pazifik fast gar nicht auf dem festland man sieht sie nur in teilen neuseelands und australien und ansonsten nur in ozeanien ansonsten musst du irgendwie auf dem wasser sein damit du die sehen kannst ganz interessant sie findet auch stadt um 7 uhr 19 und also so in australien zumindest und das ist jetzt interessant weil wenn man die genesis 7 19 liest dann ist das also folgender text und die wasser wüteten so gewaltig auf der erde dass alle hohen berge unter dem ganzen himmel bedeckt wurden wir sind hier in der sinnflut merkwürdig dass die wohnfinsternis über dem wasser stattfindet oder ist ein komischer zufall ähm ja gleichzeitig ist bekannt geworden aufgrund der deutung dass der eine den anderen sprengt dass die sich ja möglicherweise trennen könnten und hat also ihr manager gesagt ja die trennen sich jetzt nach 28 jahren und auch das ist wiederum interessant weil 28 ist ja auch eine der perfekten zahlen ähm weil sie im englischen man 28 den gematrierwert hat und auch number den wert 28 hat und so weiter und am sechsten tag die mensch der mensch erschaffen wurde also laut dieser bibel und number aus sechs zahlen besteht naja und so weiter ähm interessant ist also diese beiden typen der eine heißt wie gesagt thomas beng alter und der andere der guy manuel de homem christo der auch noch wirklich also christo heißt äh der ist also am 8 februar geworden worden 1974 der ist also jetzt 47 und wenn ich das anders schreibe ist es also 28 74 und 28 ist also 28 quasi und wenn ich jetzt das englische ordinal nehme von der 47 also von dem alter dann komme ich also bei werten wie zeit auf englisch frankreich vatikan und franziskus raus also frances vatikan france and time ja interessanterweise ist der erste titel den die jemals veröffentlicht haben 1997 am 7 april rausgekommen 47 der typ ist jetzt 47 es sind in meinen augen relativ viele merkwürdige zufälle und wenn man sich diesen titel zu ende anhört dann singt also ein kinderchor die ganze zeit if love is the answer you're home wort ab quasi und das ist schon eine blöde geschichte weil ja diese ganze dieser ganze love kult und ab warten popcorn fressen momentan ja irgendwie hochkonjunktur hat und deswegen fand ich das irgendwie vortragenswert damit man wenigstens mal sortieren kann in welche richtung das hier alles gehört wie krass eigentlich in der musik mit solchen sachen gespielt wird also zum einen mit mit choral klängen von kindern die einem im kopf bleiben mit so inhalten die man erstmal gar nicht negativ empfindet mit merkwürdigen sachen die man sieht und die man im prinzip auch nicht richtig sieht und letztlich auch mit bezügen die über die numerologie mit verschiedenen dingen verknüpft sein könnten ich sag's mal ganz vorsichtig wir wissen wer sich damit beschäftigt dass also für diese menschen worte gar nicht so richtig existieren sondern die arbeiten mit farben und mit zahlen und mit formen und das ist sozusagen der grund warum ich das manchmal darauf prüfe und in dem fall daft punk würde ich sagen wir haben hier einen jesuiten verein der total lustige dinge tut ja die beiden haben sich kennengelernt an der lyc carnault das ist eine schule in frankreich natürlich eine der grande col ja und hat hat auch eine große halle die nennt sich hall effel und die hat ein pyramidal dach ganz interessant da ist auch die spitze abgedunkelt passt auch ganz gut und an der schule sind also nennenswerte alumni vorhanden unter anderem jacques chirac also der ehemalige französische präsident pascal lamy der ehemalige welthandelsorganisationschef und jean renault der schauspieler der so an so ziemlich jedem film mitgewirkt hat der in irgendeiner art und weise interessant war in verschiedenen richtungen da vinci code und so weiter ja noch viele andere menschen aber das sind jetzt vorher nicht alles aufziehen könnt ihr auch ein bisschen was selber nachgucken genau und die schule ist also ein jesuiten kolleg und das ist natürlich auch eindeutig wie ich jetzt darauf kommen kann dass diese menschen jesuitisch sind und natürlich sagt die numerologie das ja nun nicht ohne grund genau so wo wir gerade fragreich sind macron kämpft gegen den links islamismus laut der welt sehr interessant das ist also ein absolutes politframing in frankreich tobt ein kulturkampf herrscht an der herrscht an den unis ein links islamismus der abweichende meinungen nicht zulässt interessant also eine forscherin die forschungsministerin von frankreich ist davon also überzeugt und möchte dagegen vorgehen also dass macron nicht auf der merkellinie fährt wissen wir und links islamismus ist wirklich ein thema in frankreich interessant finde ich dass also diese nicht zugelassenen abweichenden meinungen hier jetzt thematisiert werden von der welt in unserem nachbarland wo in unserem eigenen land divergierende meinungen irgendwie auch stark unterdrückt werden und das sieht man ja in reinen kultur wenn man sich den reitschuster anguckt oder eben youtube genau weitere geschichten die man ebenfalls mit der gematria prüfen könnte mache ich jetzt nicht sind zum beispiel dass tiger woods einen schweren autounfall hatte und im krankenhaus liegt am 23.02 und da kommt man also ebenfalls auf die gleichen geschichten tiger woods hat auch in der full redaktion eine 54 die jesuit order ist auch eine 54 und so weiter wie gesagt mache ich jetzt nicht in der welt taucht der herr erdogan auf und zwar zuckerbrot für europa peitsche für die opposition ja das ist doch mal interessant also er möchte natürlich gerne diese europäische union irgendwie anfüttern und möchte seine opposition unterdrücken und da ist jetzt also die welt der meinung sie müsste dann kritischen artikel drüber schreiben und nun muss man natürlich mal gesund reflektieren was eigentlich so unsere regierung tut zuckerbrot für die großfirmen und peitsche für das volk darüber könnte man auch ein bericht machen oder ihr lieben investigativen journalisten nun ja eu beschließt sanktionen gegen myanmar tagesschau artikel sehr interessant also die sind jetzt der meinung sie können in dem land wo das militär die macht übernommen hat laut der offiziellen berichterstattung jetzt mit einer sanktion irgendwas ausrichten und ihre politische meinung kundtun weil ja der total demokratische prozess da jetzt gestoppt wurde nun ja ihr kennt meine ansicht dazu ich habe das schon mehrmals dargelegt und ich denke auch dass das so passt ebenfalls sanktioniert man russland so hat also der hamas sich eingesetzt für eine russland sanktion gegen wegen der nawalny verurteilung abgedruckt in verschiedenen varianten vor allem natürlich bei rt deutsch und so sagt rt deutsch auch illegitime restriktive maßnahmen russland zeigt sich nach neuen eu sanktionen enttäuscht und da taucht ein witziges zitat auf was einfach nur die ganz normale politik zeigt wie sie sein sollte zitat für kategorisch unannehmbar halten wir die ständig tönenden unrechtmäßigen und absurden forderungen nach der freilassung in anführungszeichen eines bürgers der russischen föderation der wegen wirtschaftsverbrechen verurteilt wurde von einem russischen gericht auf dem territorium unseres landes gemäß der russischen gesetzgebung in der internationalen praxis wird derartiges als einmischung in die inneren angelegenheiten eines souveränen staates bezeichnet anmerkung von mir einmischungen in die inneren angelegenheiten eines souveränen staates verstoßen gegen völkerrecht amnesty international hat in diesem kontext herr nawalny den status eines gewaltlosen politischen gefangenen abgesprochen hochinteressant gab es nicht diese selbe geschichte schon mal in diesem anderen land südafrika wo es dieser andere mensch nelson mandela vor gericht irgendwie nicht wollte also man wollte ihn freilassen und dann hat er hat man gesagt du wirst freigelassen wenn du gewaltverzicht übst und er sagte nein mache ich nicht ich will weiter leuten die nase abschneiden und dann haben die gesagt dann können wir dich nicht freilassen und daraufhin hat amnesty international damals gesagt nelson mandela du darfst wirst leider nicht von uns nicht mehr geschützt und jetzt sagt amnesty international bei nawalny auch gewaltloser politischer gefangener bist du nicht mehr weil du verleumdest kriegshinterbliebene veteran gab es jetzt ein gerichtsverfahren und offensichtlich hat amnesty international den entscheid des russischen gerichtes anerkannt und daraufhin eine entscheidung getroffen hochinteressant ist aber trotzdem dass amnesty international weiterhin fordert dass er sofort freigelassen wird zitat unsere forderung nach seiner sofortigen freilassung bleibt in kraft da er aus rein politischen gründen verfolgt wird amnesty international ich bitte euch das zu prüfen in ganz freundlich denn ein rein politischer grund ist nicht wenn man wegen wirtschaftsverbrechen im gefängnis sitzt also dann sitzen ganz viele menschen die steuern unterzogen haben aus politischen gründen im gefängnis die epoch times china will hongkong nur noch patrioten die führungspositionen überlassen ja das ist doch so dieses ein parteien system jetzt in rhein kultur letzten endes also man möchte jetzt in hongkong sozusagen nur noch wohlgesinnte wohlgesonnene parteifreunde an die macht lassen damit man also mehr kontrolle üben kann und kandidaten der opposition sollen nicht mehr zugelassen werden ich finde das klingt nach einer absoluten demokratie da hat mit diesem land sollten wir besonders viel handel treiben es ist ja schließlich unser haupt handelspartner will man mal wieder in erinnerung rufen damit man diesen ganzen hoax auch mal mitbekommt tagesschau kritik am seitenwechsel vom kanzleramt zu facebook das ist ja so ähnlich eigentlich wie diese china sache wenn man sowas tun würde die ehemalige büroleiterin von digital staatsministerin bär arbeitet zukünftig bei facebook die dame heißt julia reuss das finden also auch viele nicht lustig und laut felix daffi vom verein lobby control bekommt facebook durch reuss einen privilegierten zugang zur politik den andere akteure nicht hätten also kontext prüfen bitte ja bekommt facebook durch reuss einen privilegierten zugang zur politik wenn die jetzt dahin geht und vorher in der politik war dann hatte facebook offenkundig schon vorher kontakt zu ihr weil die wird ja nicht auf eine stellenanzeige reagiert haben bei facebook sondern wahrscheinlich eingeladen worden sind also vermutet man doch vielleicht auch einfach mal dass dieser kontakt vorher bestandte denn hatte facebook schon lange zugang zu unserer politik und jetzt ist die frau reuss aus der politik rausgegangen und zu facebook gegangen und da verschieben sich jetzt ein bisschen die verhältnisse also lieber herr felix daffi du hast ein wahrnehmungsproblem und ansonsten liegen wir offensichtlich in china angela katschmierzak ist in der dritten welle sagt sie wir sind jetzt in der dritten welle so sprach sie sich also jetzt vorsichtig für offenen öffnungsschritte aus sekunde was wir haben doch vor der zweiten welle den lockdown verhangen und jetzt machen wir in der dritten welle wieder auf welcher logik folgt das bitte ähm frau merkel ist mit logik jetzt ganz weit vorne sie macht nämlich zitate und zwar zitat wir dürfen jetzt keiner keine wellenbewegung bekommen so hat sie sich also mit blick auf virus mutationen gegenüber reuters und rtl und ntv geäußert ok also wir sind jetzt in der dritten welle dürfen aber keine wellenbewegung bekommen ab wie viel wellen ist es denn eigentlich eine bewegung frau merkel die frage möchte ja dann an der stelle mal gestattet sein der w ho chef hat irgendwie eingeräumt dass diese pandemie wohl zu ende geht so sagt rt deutsch w ho generaldirektor für europa hans henry kluge hat sozusagen im auftrag von dem tedros gesagt die schlimmsten szenarien seien vorbei zitat es wird weiterhin ein virus geben aber aber ich glaube nicht dass einschränkungen nötig sein werden das ist eine optimistische aussage also er hat natürlich gleich ein bisschen eingeschränkt wieder aber interessant ist schon der fakt dass sie hier nichts von impfung erzählen sondern einfach sagen das ding wird auslaufen wie grippe aber hauptsache wir machen mal weiter panik robert koch institut hat auch verstanden dass man also irgendwie dann langsam mal handeln muss und so haben sie also dann gestern einen vierstufenplan vorgestellt wie sie da jetzt draußen wollen also wir sind ja immer bei verschiedenen zahlen und das schon vor dass wir keine 25 stufen haben und in der tagesschau ist das abgedruckt ich denke den meisten leuten ist das geläufig ich brauche jetzt nicht erklären wie das passiert als letztes kommt auf jeden fall event und gastroszene insofern wocht da auch nicht gucken wann ihr das nächste mal ins café gehen könnt ebenfalls in der tagesschau scharfe kritik am ankündigungsminister in anführungszeichen wer ist denn der ankündigungsminister und warum klingt das hier so polemisch naja das ist onkel span die welt hat es ein bisschen spezifiziert sie hat gesagt jetzt wackelt eine zentrale säule der lockerungspläne er hatte verkündet dass ab dem ersten märz allen menschen im land kostenlose antigen schnelltests angeboten werden sollen durchgeführt von geschultem personal in testzentren praxen oder apotheken eine aktion mit einigem logistischen personellen und organisatorischen aufwand nur war dafür nichts vorbereitet das kann ich so stehen lassen die ukraine endlich impfstoff noch immer keine zentren ja das zeigt offensichtlich den desolaten zustand des wahrscheinlich bald dritte weltlandes ukraine und da sieht man natürlich die folgen was ein militärputsch durch damals barack obama und konsorten also offensichtlich mit diesem land gemacht haben nun ist die ukraine noch nie ein großes vorzeigeland gewesen aber auf jeden fall ist der zustand in dem die jetzt sind wohl als desolat zu bezeichnen die epoch times digitale abstands melder salzburger schüler dürfen sich nicht mehr als zwei meter nähern die bekommen jetzt ein so eine so eine weiß ich nicht technische geschichte um den arm oder ums bein vielleicht auch vielleicht um die fußfessel und dürfen sich nicht mehr näher als zwei meter nähern sonst fängt das ding an geräusche zu machen oder irgendwie böse rum zu krakehlen ich frage mich wie das auf den schultoiletten ist wenn da zwei nebeneinander sitzen ist zwei meter nicht eingehalten schreien die dinger sich dann gegenseitig an oder müssen die dann mit dem fuß jeweils in die entgegengesetzte richtung an die klowand oder ich weiß nicht wo wir gerade bei kindern sind puppe statt echtes baby was frauen an den reborns reizt ein weltpolitik artikel möchte ich mal dazu erwähnt haben ja politik deutschland hier geht es also um puppen die reborn heißt also wiedergeborene ja ist also irgendwie auch nicht so ganz gesund vielleicht ein bisschen kultisch und mutmaßlich könnte man jetzt davon ausgehen dass sich das also eher kinderlose oder frigide frauen oder sowas suchen wenn man da jetzt mit vorurteilen rangehen möchte dieser artikel entkräftet das und sagt also der anteil derer die diese reborns halten ist absolut ausgewogen in der gesellschaft sowohl mütter wie auch kinderlose sowohl lesbische wie auch normale und also gottes willen darf man schon fast gar nichts mehr sagen hetero frauen homo wie hetero genau und so weiter also relativ normales spektrum für mich persönlich und jetzt mal meine meine dazu zu sagen wirkt das ein bisschen wie tamagotchi ohne wertung eine labor stadt am fuße des fuji die tagesschau thematisiert toyota die starten also jetzt ein stadtprojekt und nennen das verwobene stadt da soll also der grundstein gelegt werden das eventuell gestern erfolgt ich habe es nicht endgültig nachverfolgt weil es mir auch einfach viel zu absurd ist die arbeit natürlich mit fotozellen und mit verschiedenen anderen geschichten wollen also autark sein eigenes wasser generieren aus regen und so weiter das ganze programm aber vor allen dingen sind sie miteinander vernetzt das ist die erste komplett interaktive stadt wo du in die wohnung reingehen kannst und sagen kannst licht und es geht licht an oder hölle und es geht die hölle auf weltwissen nasa veröffentlicht video so klingt der mars das ist nicht nur bei der welt sondern überall dieser us rover perseverance hat ja mehrere mikros an sich dran und da filtert man jetzt sozusagen die eigenen laufgeräusche weg und dann bleiben geräusche übrig und die kann man sich dann anhören und dann kann man das gefühl haben dass man auf dem mars ist nun möge man sich vielleicht dazu ein paar fragen stellen weil ja viele mich immer fragen wie ich denn mir so sicher sein kann dass das alles nicht gibt also erst mal gibt es das was da abgebildet wird also als gebiet ja das gibt es eins zu eins auf devon island das ist also eine der inseln der queen elizabeth islands in kanada in kanada und da sieht es genauso aus also da könnt ihr euch im internet angucken da gibt es schon bildervergleiche noch und nöcher einfach schön also ein weiterer hoax sowie damals mond und jetzt ist also so dass wir also geräusche hören und die uns erklärt werden könnt ihr mir vielleicht erklären warum man auf einem planeten der keine atmosphäre hat also null dichte in der luft warum man dann geräusche hören kann wie funktioniert das mit der schallübertragung habe ich da irgendwie ein problem in meinem kopf das ist irgendwie nicht so einfach oder und die sonne ist da auch ganz schön hell dafür dass das also 2,4 millionen weiter weg ist als wir so von der sonne ist irgendwie auch komisch aber wo sie auch nicht verstehen ist ja vielleicht auch einfach noch früher morgen und ich hab's nicht so der reitschuster zuletzt hat einen lichtblick öffentlich-rechtlicher der sender berichtet fair über corona demo es geht um rbb der artikel ist vom 21 februar und ich finde es bemerkenswert dass rbb das erste mal nicht diffamierend nicht irgendwie in irgendeiner art und weise angehaucht einen bericht macht auch nicht von rechten erzählt oder irgendwas anderes sondern einfach nur einen klassischen bericht von einer corona demo macht auch das was dadurch die gegend läuft als durchschnitt der bevölkerung bezeichnet und so weiter es ist ein bisschen hoffnung am ende des horizontes solange die menschen die daran beteiligt sind ihren job noch haben ich wünsche euch einen wunderschönen tag und wir haben uns morgen auch das Thema das Thema wir sind einfach ja wir finden einfach ja genau